Der Gemeindeverband Untere Saarlachtal mit den Gemeinden Lohfer, St. Martin, Unken und Weißbach bauen gemeinsam mit der Salzburg Wohnbau als Bauträger das Haus der Generationen. Ein Gebäude, das Seniorenheim und Kindergarten unter einem Dach vereint. Die Verträge sind unter Dach und Fach. Der Baubeginn für das Haus der Generationen in Lohfer ist erfolgt. Trotz engen Budgetrahmens ist es in der fast zweijährigen Planungszeit in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, Gemeinden, Land, Betreiber und Angestellten gelungen, ein Maximum an Lebens- und Arbeitsqualität für die zukünftigen Bewohner zu schaffen. Ganz besonders gefällt mir einfach, dass wir für unsere Senioren doch in absehbarer Zeit jetzt den längst überfälligen Neubau realisieren können. Es ist das alte Haus ja inzwischen in die Jahre gekommen. Wenn so ein Gebäude mal 30 Jahre alt ist, hat sich sehr viel von den Anforderungen geändert. Und wenn wir da jetzt für die Bewohner und auch für die Mitarbeiter ein neues zeitgemäßes Haus schaffen können, das ist einfach eine Freude. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir jetzt auch mehr Leute dann betreuen können. Bisher waren es 48, jetzt sind es dann 70. Die Nachfrage ist groß, also das, glaube ich, ist auch eine schöne Sache, wo wir nicht immer schieren müssen und die Leute warten lassen, bis sie ins Wohnheim einzeln können, sondern dass wir Plätze zur Verfügung haben. Das Grundstück für das Bauvorhaben wurde von den vier Gemeinden zur Verfügung gestellt. In ruhiger, sonnenreicher und zentraler Lage am Fuße der Lohferer Steinberge soll im ersten Bauabschnitt bis Sommer 2013 in drei Geschossen das neue Heim für Senioren entstehen. Die Fertigstellung des Kindergartens ist für Herbst 2014 geplant. Das Bauvorhaben gliedert sich in zwei Bauabschnitte. Erster Bauabschnitt ist das Altersheim mit 70 Beten und der zweite Bauabschnitt ist dann ein fünfgruppiger Kindergarten. Und diese zwei Bauteile werden zusammengefügt zu unserem Haus der Generation in Dornlofer. Die Gemeinden des unteren Saarlachtales mit Lohfer, Unken, St. Martin und Weißbach sind sich einig, gemeinsam Verantwortung gegenüber der jungen wie auch alten Generation zu übernehmen. Ein vorbildlicher Weg, der die Sinnhaftigkeit in der Zusammenarbeit von Gemeinden bei derartigen Jahrhundertprojekten unterstreicht. Genau das ist der Weg, die richtige Entscheidung. Vier Gemeinden halten zusammen, machen ein gemeinsames Seniorenwohnheim und nicht nur das, auch einen gemeinsamen Kindergarten, der hier beigeschlossen ist. Und genau das ist die Zukunft. Nicht Gemeinden auflösen, sondern Zusammenarbeit in den Gemeinden, die Struktur gemeinsam errichten. Das ist verwaltungsökonomisch richtig und da kann man dann auch die entsprechenden Qualitäten liefern. In Anwesenheit von Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Wilfried Haslauer und Landesrat Walter Blachfellner floss also der erste Beton für das Großprojekt Haus der Generationen. Ein Haus, das auch für die künftigen Mitarbeiter neue Herausforderungen mit sich bringt. Ganz besonders taugt mir die Herausforderung, dass ich bei so einem Projekt dabei sein darf, dass ich die Verantwortung übernehmen darf für so viele Bewohner dann im Haus, für die Mitarbeiter. Ja, einfach diese Herausforderung zu zeigen, geht das gemeinsam? Und das beste Beispiel finde ich, sind schon diese vier Gemeinden, dass sie überhaupt so ein Projekt zustande bringen. Und ich weiß, dass ich da die beste Unterstützung habe dafür. Die zeitgenössische Architektur und die Funktionalität des Objektes bieten künftig den optimalen Rahmen dafür. Das Haus der Generationen eröffnet neue Möglichkeiten des Miteinanders. Nicht nur Gemeinde, sondern auch generationenübergreifend. Im Haus selbst auf jeden Fall, weil wir haben ja bisher schon die Erfahrung gemacht, die Kleinkindgruppe, die jetzt schon untergebracht war, hat man gemerkt, also dass die Senioren irrsinnig gern den kleinen Kindern zuschauen beim Spielen oder auch wie es rumtholen. Das ist für die Senioren ein schöner Zeitvertreib und haltet es vielleicht auch selber noch ein bisschen jünger. Und das haben wir jetzt dann tagtäglich. Musik 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 Untertitelung. BR 2018